Es waren einmal ein junges Mädchen und ein junger Mann. Sie trafen sich ganz zufällig und liebten einander. Und es erschien ihnen wie ein Märchen. Hört aber zu dir nicht. Ich will dir auch kein Hauskanzgeld geben. Wir tun alles Geld am Anfang des Monats in einen Topf und jeder nimmt sich etwas davon, was er braucht. Oh, ich hab einen hübschen Topf dafür. Blaues Stein, gut, ich zeig dir den nachher noch. Ja, was kostet so ein Kind schon, ne? Oder gibt's Entbindungsgeld und Stillgeld und Steueranzahler ja auch weniger. Ich glaube, immer die ersten Jahre kriegen wir sogar noch was raus. Ich weiß nicht. Wieso denn? Der Weizenboden der Firma Emil Kleinholz ist eine olle, verwinkelte Geschichte. Nicht einmal eine richtige Absackvorrichtung ist vorhanden. Alles muss auch auf die Zimalwagen abgewogen werden. Und aus einer Dachluke auf einer Rutsche lässt man die Säcke hinuntersausen ins Lastauto. Gut! 1600 Sättlassack an einem Nachmittag. Das ist mal wieder das Richtige, Kleinholz, die Aser. Ich druck'se hin, ich druck'se her, bitte weg. Am liebsten behe ich Sie ja und ließ einen anderen laufen, aber dass Sie mir am Sonntag die Futterausgabe zugedacht haben. Bloß damit Sie sich mit Ihren, mit Ihren Vibesbildern da amüsieren können. Ne. Das kann ich Ihnen nicht verzeihen. Und deshalb will ich Sie kündigen. Kleinholz bitte. Sie sind zum 1. Oktober gekündigt, Biddeberg. Meine Frau ist bei Ihnen zum Flicken gewesen. Ich will die 6 Mark holen. Ich lasse die Hunde los, wenn Sie nicht sofort machen, dass Sie weiterkommen. 6 Mark krieg ich von Ihnen. Sie sind doch arbeitslos, das sieht man doch. Ich zeige Sie an, den Nebenverdienst Ihrer Frau müssen Sie melden. Das ist Betrug. Schön. Einkommenssteuer, Krankenkasse und Invalidengeld ziehe ich Ihrer Frau auch noch ab. Das tun Sie. Dann bin ich morgen hier und verlange, die Quittungen zu sehen. Sie sind der unverschämteste Pflege. Das ist Betrug. Biddeberg. 2 Biddeberg. 2 Untertitelung des ZDF, 2020